Alles klar. Eigentlich wollte ich hier zum Krimp gehen, aber anscheinend gehen wir zu Benito. Ah ja, so ist es. Wir wollen ein guter Song. Können wir nichts kriegen, sagen wir. Hola. Let me guess. Clara Garcia talked you into this. Yep. She even had us fishers hooked on her Libertad-Nonsense. Is korrekt. Take back the refueling station. Kill Rosario. Help put food back on our tables. Okay, machen wir. Tausend Meter. Tausend Meter. The only thing better than a guerrilla is a guerrilla with a nice ride. You want me to steal one? I've been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Yowell. Nie, aber gut. Wie mache ich das? Ah. Ich bin doch da. Das ist eigentlich ganz angenehm mit dem Reißwitz zum Zielort und so. Dann gehen wir mal los, wa? Beliehen wir erst aus, Kunstschaften. Keiner hier oben. Ich kann ja gar nicht glauben, Alter. Aber gut. Da müsste ein Alarm sein. Da ist ein Alarm. Ne, nur da ist ein Alarm, oder? Sieht jedenfalls so aus. Das ist jetzt umgelaufen, weil das die falsche Waffe war. Du machst mal den da kaputt. Wissen die, wo ich bin? Das ist ja einer hier oben. Da müsste ich dann leider, äh... Proposition bottern. Reda. Oh. Ich dachte nicht, dass das so lange dauert. Ich dachte, ich bin schnell genug und kann einfach durchrennen. Äh, das Ding wirklich befreien. Uh. Not bad. Ah, okay. Ich muss wirklich alles killen. Oh, lol. Das ist schon wieder ein Guapo. Herr Roberto. So. Alle schön und gut hier und so. Aber ich muss, äh, leider weiter. Oh. Ich dachte, der weicht automatisch aus. Sorry. Danny, I hear you're heading into the province of Bensejo. Yeah. Taking care of a comandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Bensejo is much stronger, better equipped, and better trained. Find some high ground, do some scouting before you pull the trigger. Remember, rule number nine. Right tool for the right job. Rule number ten. Shut the fuck up. You're an adult and can make your own decisions. Spread your wings and fly, little bird. Was? That must be Rosario. Super. No. Rosario. Adios, asshole. Ich hab Bock auf euch. Later. Jetzt geben wir ein Wurfmesser zurück, wenn ich ehrlich bin. Guapo ist am Boden. Oh no. Nicht Guapo. Okay, Benito. Rosario is dead and the fuel is flowing again. Si, carajo. I admit, I got my doubts about Clara. But I never doubted you, Mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Danny. Immer wieder gerne. So, Primärwaffe. Krieg ich jetzt endlich ein Schally. Impforschallnämpfer. Warum nicht? Alles damit. Panzerbrechen. Das war das, was ich gerade ausgewählt habe, wa? Oh, Bogen. Wär halt so geil, ne? Ich hätte gern Bogen. Muss ich mir mal kaufen. Aber Pistole braucht unbedingt auch ein Schally. Kann ich einfach nicht machen. Brauch Schießpulver. Oh, nice. Das war schon die Mission, oder was? Ich dachte, wir müssen noch was machen. Wär gut, ne? Dann wohl nicht, würde ich sagen. Clara, Benito ist back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Danny, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Wir uns also doch nicht gehen lassen, wa? Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Dann sind wir da hinten im nächsten Part, wie die Sachen. Also, bis später. Tschüss.